Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, wir wollten ja jetzt hier hoch gehen. Erstmal die Ecke hier machen, würde ich sagen. Und dann machen wir, oder? Die Ecke könnten wir auch machen. Was macht denn jetzt mehr Sinn? Welche Ecke sollen wir denn zuerst machen? Okay, wir müssen ja zuerst hier lang, sehe ich gerade, ne, weil hier kommen wir, dup, 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 dup. Ja, ich würde sagen, wir machen zuerst die Ecke hier oben. Ne, ich schieße nochmal, oh Mutti, bitte nicht. Achso, hier brauche ich die Geschosse gar nicht, ne? Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Okay. Nee, das war die, das war die falsche Richtung. Ich muss wirklich aufpassen, man verletzt sich ja überall und das tut sehr weh. Das möchte ich nicht. Okay, wir müssen wirklich ein bisschen, das war, ah, ah, wohin? Scheiße. Ah, stopp, stopp. Okay, irgendwie habe ich mich, äh, ich habe mich eher hier hochgehackt, aber egal. Ja, ich weiß nicht, wie wäre ich schneller dran. Da ist der nächste Tumor kaputt. Ähm, was ging jetzt hier auf? Hier unten ging irgendwas auf, ne? Wird schon mal ganz kurz gucken wollen. Hä? Ich habe doch richtig geguckt. Hier unten, das war das doch, ne? Was bringt mir das? Hä? Das war doch richtig, das war doch hier, ne? Aber ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was ich meine, das bringt, dass ich... Ah, egal. Dann machen wir mal hier längs, ähm, genau. Schrei mich nicht so an, du Spinswell, du. Und hier haben wir die Weide, die Weide. Ja, der Weg ist noch versperrt. Noch ist er versperrt. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Jetzt ist die große Frage, ich würde sagen, wir machen erstmal hier runter, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal jetzt hier drunter und machen das hier erstmal kaputt. Warte mal, wo müssen wir dafür... Da oben. Okay. Wie wird da angezeigt, dass... Oh, bin ich doof? Ne, da rechts sollte doch ein Portal sein. Oh, bin ich, da oben. ich hoffe ihr hört den sound nicht so buggy wie ich hier gerade das wäre natürlich ein bisschen doof den weg machen wir schon mal auf wenn ich das portal hier und benutze bin ich dann hier will aber erstmal das ding kaputt machen wenn ich das benutze bin ich hier was bringt mir das das ist ja doof ich will ja erstmal da oben kaputt machen die wollen wir erstmal kaputt machen dann nehmen wir mal den bogen dafür ok da haben wir die wurzel auch kaputte gemacht sehr schön was ist wenn ich hier bin ich da oben ok ok da müssen wir moment 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 ich muss hier rein mann hier hin damit landen wir jetzt hier unten was das war so mega dumm ok ich verstehe noch nicht so ganz wie wir hier am ok komm wir müssen uns noch mal töten das klappt so noch nicht hä ach ach so ach bin ich doof stimmt ja ok ok warte mal ich muss mich noch mal heilen maler wird langsam sehr knapp na ok hier warten wir jetzt ich wollte da rein du arschloch das golek erz glaube ne das golek erz glaube ne ah guck mal wunderbar wunderbar ok da ist der nächste tumor und ein einziger tumor fehlt uns jetzt noch einer dann haben wir es das heißt wir können das hier jetzt öffnen landen dann hier das heißt wir müssen zu den tumor da oben jetzt ist nur die frage ok nur von da aus aber wieso ne zwei tumore da ist ja auch noch ein tumor ne gut wir gehen erstmal zurück lass mir die ruhe du wilde arschloch ich hab keine zeit für dich ich hab Termine nein ich will da rein Mutti auf damit ok genau ich muss hier raus ne genau damit landen wir hier oben können wir gleich das ding hier mitnehmen ok das dürfen die berührung ich brauche noch ein bisschen mana ein kleines bisschen mana wäre gar nicht mal so schlecht meine freunde der sonne was haltet ihr davon wenn ich hier noch ein bisschen mana bekomme gar nichts absolut gar nichts ok schön dass wir darüber reden konnten finde ich sehr sehr schön das war nicht so schlau komm ich glaube warte moment mal hier nehmen wir definitiv obwohl der stachel vielleicht wer kommt warte wo 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 Da bin ich. Noch ein Pieks. Wo bin ich? Hä? Muni? Ach, da unten. Warte mal, das mit dem Stachel ist schon cool, aber ich würde gerne... Moment mal... Mach mal den Stachel auf Y. Gut, dann machen wir es halt so. Okay, ich kann euch sagen, bei dem Endgegner sollte man definitiv den Stachel benutzen. Ihr habt es ja gesehen. Gibt es hier noch was? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, meine Freundin in der Sonne? Ich habe kein Mana. Echt jetzt? Bin ich jetzt hier gefangen? Weil ich muss ja jetzt da hoch. Um da wieder hinzukommen. Problem ist... Ich kann ohne... Ah ne, warte mal. Ah, okay. Ich habe mich verdrückt. Es tut mir so wie. Ja, sehr viel Mana hier eingesammelt, muss ich sagen. Also, ich bin echt äh... Zufrieden. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier überhaupt... Ne, das war falsch. Wir müssen nämlich jetzt hier hoch. Mana, komm zu mir. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Wenn wir da reingehen, kommen wir da hinter dem Strahl aus, was wir natürlich machen müssen. Aber ich will mal ganz kurz, bevor ich... Okay, hier gibt es nichts. Gut. Okay. Zwei fraktenspiele, wie ich das jetzt hier gemacht habe. habe ich kann bei der eiterbeule getötet da wird sich immer mal ein stachel kommt ich jetzt wohl gerade sorgen hier was soll das ist ja eine dreschheit okay das macht er jetzt hier sehen dass hier die wurzeln weggegangen sind aber ich habe das immer noch nicht verstanden hier unten wo war denn das hier also was das hier für sinn gemacht hat dass hier die wurzeln weggegangen sind schon ist da irgendwas und ich habe es noch nicht so gecheckt wie kommt man hierhin muss man dafür ist es der eingang dahin dann werden wir erfahren ich will da rein getrollt vom spiel ich glaube ich bin aber was ist dumm von mir eigentlich ich muss mal einen moment machen ich muss man ja so hier und da Und dann hier rein. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, und was uns hier erwartet, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was wir jetzt hier zu erwarten haben. Ja, und ich hoffe ihr auch und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge, haut rein und tschüss.